Hallo und herzlich willkommen bei Kochen und Backen mit Mel und Mo. Wir machen eine chinesische Linsensuppe mit Nudeln. Ihr benötigt nur 30 Minuten Gesamtzeit und die angegebene Menge reicht für 4 Portionen. Wir nehmen 1 Liter Rinderbrühe und kochen darin 50 Gramm grüne Linsen, ein Stück Ingwer, 2 Teelöffel Sojasauce und 1 Teelöffel Zucker. Alles 20 Minuten garkochen und danach 100 Gramm Weizennudeln hinzufügen. Die Nudeln 5 Minuten garkochen. Danach 3 Esslöffel Reiswein mit einem Esslöffel Speisestärke mischen und zur Brühe hinzufügen. Dann verküllen wir ein Ei mit einem Teelöffel Sesamöl. Und geben die Ei-Masse langsam zur Suppe. Dann das Ei stocken lassen. Und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Schaut euch noch andere tolle Rezepte von uns an. Ich sage Danke und Bye Bye.